Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Das heutige Dark Emergency Video ist ein bisschen anders und zwar berichte ich euch ein bisschen was G&G alles auf der Dark Emergency macht. Es geht um das Qualifying zum World Cup. Das war so der Fokus von G&G. Neben dem ganzen Sponsoring, was alles war und der Cappy Action und so weiter, blenden wir euch natürlich alles ein. Aber ich erzähle euch ein bisschen was zum Qualifying und natürlich auch zum World Cup der nächste Woche passiert. Also angefangen hat alles erstmal, dass G&G ein CQB-Stand auf der Dark Emergency aufgebaut hat. Was ist dieser CQB-Stand? Man kennt es bereits auf der IWA, dieses 5x5 und das sonstige System, was man immer bei G&G gesehen hat, diese Silikonblasen. Das ist ein Treffererkennungssystem. Das heißt, wenn man diese Teile getroffen hat, erkennt es das System. Und auf der Dark Emergency exklusiv fand die Qualifikation für den G&G World Cup, also für die G&G Weltmeisterschaft statt. Und wie gesagt, angefangen hat alles mit dem Aufbau des Ganzen und da haben alle tagkräftig unterstützt. G&G selbst war vor Ort. Der Chef selbst, Mr. Liao, Bonnie, Rick und so weiter, die waren alle auf der Dark Emergency, sind extra aus Taiwan geflogen und es war wirklich eine coole Sache. Ja, natürlich das ganze System aufgebaut. Das war dann am Montag auf der Dark Emergency und wir haben das alles für euch begleitet. Und bis Donnerstag wurde es dann eröffnet, beziehungsweise bis Donnerstag wurde aufgebaut und am Donnerstag wurde es dann eröffnet. Am Donnerstag war dann auch der Practice Day für alle, die auf der Dark Emergency waren. Mein Team und ich, wir hatten genug zu tun mit dem Filmen von der Anmeldung, vom Ankunft der ersten Leute und so weiter. Also wir hatten da genug zu tun und ich habe mir sagen lassen, dass wirklich Leute den ganzen Tag dort trainiert haben, was natürlich super cool ist, denn es geht da um richtig viel. Es geht um zwei Tickets nach Taiwan, es ging um den Pokal, natürlich die Deutsche Meisterschaft und natürlich konnte man noch zwei G&G RK 74 gewinnen, die hat man dann auf der Dark Emergency bekommen. Wir haben uns dann aber nicht nehmen lassen und waren ungefähr eineinhalb Stunden, die letzten eineinhalb Stunden nach den Dreharbeiten vor Ort und haben den G&G Stand natürlich für euch gefilmt und mehr filmerische Tätigkeiten eben gemacht. Und jetzt kommt es natürlich zur Hauptsache, damit wollten wir euch eigentlich überraschen, aber ich habe da eigentlich auch Spaß mit gemacht und wer konnte ahnen, dass ich die Deutsche Meisterschaft hole und zwar hat uns G&G bereits im Vorfeld eingeladen, zwei Leute von uns, dass wir den World Cup medial begleiten. Also irgendwelche Verschwörungstheorien von wegen, dass ich das einfach so bekommen habe und so weiter, können direkt streichen. Ich hatte mein Ticket und Mika auch schon safe. Das heißt, wir sind safe gewesen, wir haben unser Ticket, wir fliegen bereits nach Taiwan und wir haben auch Spaß da einfach mitgemacht und wie gesagt, es gab Leute, die waren dann den ganzen Tag da, was natürlich auch gut ist, wie gesagt, es geht noch ein bisschen was. Also kommen wir zum eigentlichen Wettkampf an sich. Das G&G Qualifying bestand aus ein paar Einzelzeiten. Man ist aber zu zweit angetreten. Die erste Einzelzeit war das 5x5. Das 5x5 ist recht simpel. Es bloppt ein Ziel blau auf, bittet man es, um eineinhalb Sekunden Zeit, es zu treffen. Nach den eineinhalb Sekunden verschwindet es. Diese Zeit wird praktisch zweimal genommen, vom Player A und vom Player B. Das heißt, so haben wir schon mal zwei Zeiten. Und hier kann man sich je nachdem anpeilen. Alles ab 30 Sekunden, habe ich mir sagen lassen, also 30 Sekunden und weniger, ist wirklich eine gute Zeit. Und da habe ich Leute gesehen, anfangs, die hatten 21er, 22er, 23er Zeiten und ich dachte mir, das wird nicht zu holen. Und vor allem, wenn du so eine 24er, 25er Zeit hast, wie ich am Anfang. Irgendwann kommt man dann aber rein nach dem zweiten, dritten Mal und da hatte ich die Tagesbestzeit aufgestellt mit 21, ich weiß nicht was. Und natürlich habe ich das Ganze nicht alleine geleistet und der Julian von Konus hat mit mir das Ding geholt. Das heißt, wir beide haben 50% dazu getan. So gehört es eben bei einer Teamsache. Und wir beide hatten wirklich eine Topzeit von 21 Sekunden und das war natürlich schon eine ordentliche Sache. Da hat man schon was gesehen. Aber ich war da zu dem Zeitpunkt mit dem Steffen auf dem ersten Platz und mit dem Julian habe ich das einfach just for fun nochmal gemacht. Das heißt, Spaßsache. Wenn das fertig ist, geht es weiter in den Parcours. Und da wird es schon ein bisschen komplizierter. Der Parcours, beziehungsweise Search and Destroy, geht los mit einer 3x3 Scheibe, die man clean zu bewältigen hat. Das heißt, es wird runtergezählt, 3, 2, 1 und dann geht es los, 3x3 Scheiben. Hat man das geschafft, geht es weiter. Man muss in die Zone C. Auf dem Boden wurden immer verschiedene Zonen markiert, Alpha, Bravo, Charlie und es ging weiter in die Charlie-Zone. Danach gab es ein 2x3 Ziel, was man beliebig einfach beschießen konnte. Hat man das 3x3 und 2x2x3 geschafft, gab es wieder eine Zeit. Und auch da waren wieder Zeiten dabei. Ich glaube, 9 Sekunden war wohl recht gut. Was wir uns am Anfang haben sagen lassen, und da waren wirklich zwei Jungs dabei, die hatten eine 7er Zeit. Steffen und ich hatten auch eine 7er Zeit. Das war wirklich schon, das hatten wir selbst beide für nicht möglich gehalten. Ja, und Julian und ich haben dann irgendwie eine 6,7 Sekunden Zeit hingelegt. Und das war schon im Nachhinein natürlich eine wirklich starke Zeit und da konnten wir auch nicht fassen. Weiter geht es mit dem Parcours an sich, beziehungsweise direkt nahtloser Übergang. In der ganzen Halle dann verteilt, im ganzen Raum, ploppen dann Ziele auf. Wie gesagt, ihr seht das dann, wir versuchen euch das so gut es geht einzublenden. Ploppen dann verschiedene Ziele auf, die man dann zu zweit bekämpfen soll. Man musste immer in den Alpha, Bravo oder Charlie-Zonen drinbleiben und man konnte dann von innen raus diese dann bekämpfen. Ja, und hier auch beim Parcours wurde uns am Anfang gesagt, alles unter 30 ist recht gut. Und da waren wieder die beiden Jungs, die wir da gesehen haben, ich weiß leider die Namen von den beiden nicht, tut mir leid, das hätte ich sie auch erwähnt. Die hatten in dem Parcours eine 20er oder 21er Zeit oder 22, ich glaube 22 war es. Und Steffen und ich waren anfangs immer bei 24 und da war das echt nach den 4, 5 Mal, wo wir das gemacht haben, dann habe ich mal mit dem Korpus zum Beispiel zusammengespielt, dann eben mit dem Julian und wir dachten ja mal bei den 24, 25 Sekunden, es geht einfach nicht mehr. Julian und ich hatten den Lauf, wir hatten 17 Sekunden und overall eine Zeit, mit der wir den aktuellen Weltrekord geholt haben und ich denke, das kann sich doch sehen lassen. Und irgendwie haben wir das geschafft und fahren für euch oder beziehungsweise fliegen für euch nach Taiwan. Denn der Julian und ich, wir vertreten als deutsche Meister eben von dem G&G Competition beim World Cup Deutschland. Deutschland ist zum ersten Mal dabei und wir haben natürlich sehr starke Gegner, denn die Taiwanesen und Asiaten waren in dem letzten Jahr immer die ersten 5 Plätze. Die haben einen Vorteil, was das Training angeht. Wir haben das auf der DE zum ersten Mal gemacht, aber wir versuchen einfach uns gut zu schlagen und wir wollen natürlich ordentlich Deutschland repräsentieren und wir sind froh, dass wir dabei sein dürfen. Dabei sein ist alles, mir ging es um keine RK oder sonst was. Ich hatte mein Flugticket auch, ich wollte einfach auch Spaß mitmachen, genauso wie Julian. Wir wollten einfach mal Just for Fun mitmachen und jetzt sind wir sehr froh und vor allem ich bin heilfroh, Deutschland bei dieser Competition repräsentieren zu dürfen und das war einfach ein unbeschreibliches Erlebnis und das vom Weltrekord, das habe ich auch eine Woche später oder sowas erst erfahren. Der Konus hat das wohl mitgeteilt bekommen und unfassbarer Moment, definitiv mitunter der schönste Moment, den ich aktuell im Airsoft hatte. Wenn der Juni ist und der erste Platz geht an Ivan Radic und Julian Spitz mit einer Zeit von 3,8, 6 Sekunden. So, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut gemacht, sehr, sehr glit gemacht. So, diese beiden Herrschaften werden uns in Taiwan vertreten auf der Weltreisterschaft und der Ivan, der hat ja auch des Öfteren eine Kamera dabei, das heißt, wir werden das wahrscheinlich auch alle verfolgen dürfen. Sehr gut. Alles klar, Herrschaft. Dann, ähm, Glückwunsch, euch beiden. Und, ähm, es geht auch jeweils ein Gewehr an euch, damit ihr noch trainieren könnt, bis zur Weltmeisterschaft. So, jeweils ein Gewehr. Eine RK-74E. Wunderbar. So, thank you very much to Jinji. Thank you, Mr. Nio. Das war wirklich eine geile Sache, denn hier geht es um ganz kleinen sportlichen Aspekt, wo ich ein großer Freund davon bin und, ähm, wirklich eine geile Sache. Ich denke, mit der Competition, mit diesem Competition-Shooting von G&G in der Größe. Man darf nicht vergessen, auf der Weltmeisterschaft sind 25 Nationen, ich glaube, 30 Teams vertreten. Ähm, da ist es schon eine größere Hausnummer. Das ist nicht einfach irgendeine kleine Regionalliga. Das Schöne eben bei der Qualifikation auf der Dark Emergency, alle hatten die gleichen Chance. Alle haben mit einer Combat Machine geschossen, jeder hatte einen High Cap und man hatte eben nur seine Waffe und das eine High Cap für den einen Durchgang. Das heißt, alle hatten wirklich die gleichen Bedingungen und natürlich auch, was die Competition an sich angeht, ist es eben ein schönes System, um einheitliche Bedingungen zu schaffen und auch zu zeigen, hier geht es wirklich nur um den sportlichen Aspekt. Jetzt gab es, wie gesagt, die RK74 zu gewinnen. Leider nicht so ein schönes Holzding wie hier. Aber auch in Taiwan haben wir dann wieder ein AR-15-Modell. Ein bisschen schade. Ich hätte vielleicht ein bisschen abgewechselt mit einer AK, vielleicht mal was anderes. Schade. Aber was auch dazu kommt, es wurde dieses Jahr geändert, Normalerweise hatten wir noch eine Sniper Challenge mit einem L96 bzw. G96 von G&G. Das wurde abgeändert und zwar wird dieses Jahr ein M110 von G&G verwendet. Finde ich sehr geil. Gehört mit uns zu meinen Lieblingswaffen. Und wir schauen mal, wie wir bei der Sniper Challenge abschneiden werden. Freue ich mich schon richtig drauf. Was euch alles im Taiwan bei der Weltmeisterschaft erwartet, werden wir euch natürlich so schnell wie möglich berichten. Ich weiß nur, dass wir noch ein bisschen zu trainieren haben. Da wird es noch massig Sachen geben. Juli und ich müssen auf jeden Fall gucken, dass wir da ordentlich abliefern. Wir haben uns schon mit den ersten Teams unterhalten, die wir dort auf der Weltmeisterschaft antreffen werden. Und das wird einfach eine super Sache. Der ganze Roadtrip, die ganze Messe, die in Taiwan stattfindet, werden wir natürlich für euch begleiten. Und wie gesagt, wir sind heilfroh dort sein zu dürfen, dass wir das ermöglicht bekommen haben. Auch durch ein bisschen spielerische Leistungen. Und Glück gehört natürlich sowieso immer dabei, dass man einfach einen guten Run hatte. Und ja, somit wollten wir euch ein bisschen was vom G&G Competition Shooting berichten, was auf den Dark Emergency exklusiv stattfand. Das wird auch die nächsten Jahre dort die Qualification dort exklusiv stattfinden. Wird eine coole Sache. Wir freuen uns schon auf die nächsten Jahre. Und jetzt geht es erstmal nächste Woche nach Taiwan zum World Cup. Und da werden wir euch wieder berichten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Was machst du denn hier gerade? Ich hänge Plan auf. Also es sind Plan und die hänge ich auf, weil es ist essentiell wichtig für die Shooting Range, damit die Jungs da drinnen auch die Ziele sehen. Die leuchten zwar, aber die leuchten nicht hell genug. Deswegen muss von außen dunkel sein, damit sie heller leuchten. Mit was machst du die denn fest? Das ist auch was ganz Wildes. Es kam ganz neu aus dem Staat drüber geschwappt. Das ist so was Cooles hier. Das ist was ganz Wildes. Nennt sich Kabelbinder. Blöder Name, weiß man nicht, wer da drauf gekommen ist. Das ist eigentlich ganz cool. Da kannst du das so zumachen. Das mach ich jetzt nicht, weil dann krieg ich es nicht mehr auf. Aber du kannst dann zuziehen und dann hält es. Das ist eine ziemlich günstige Art und Weise, Dinge zu befestigen. Dann danke für deine Zeit. Na gerne. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Untertitelung des ZDF für funk, 2017